Mein Boss ist richtig super. Sie lässt mich nie lange alleine. Manchmal muss ich im Schaukelmonster bleiben, aber das macht mir nichts, denn ich habe alles, was ich brauche. Wasser, Schatten und frische Luft. Sie bleibt auch nie lange weg. Allerdings habe ich schon festgestellt, dass das keinen interessiert, wenn ich belle. Dann lasse ich es eben wieder. Übrigens springe ich inzwischen freiwillig rein. Ich bin nämlich schon richtig groß geworden und das macht mir jetzt nicht mehr so viel Mühe wie am Anfang. Außerdem ist da wirklich jedes Mal ein Pansen drinnen, wenn ich ihn suche. Toll. Vielen Dank.